Hi, ich bin Marius, Doktorand am Helmholtz-Institut Erlangen-Nunberg für Erneuerbare Energien und Gründer von Talentförderung Marius Bauer. Hierbei möchte ich angehenden Industriemeistern helfen, sich mit Spaß und Freude auf die Prüfung Berücksichtigung naturwissenschaftlicher und technischer Gesetzmäßigkeiten, kurz NTG, vorzubereiten, um anschließend die Prüfung erfolgreich abschließen zu können. Durch meine drei Studiengänge Maschinenbau, Physik und Energietechnik weiß ich genau, worauf es darauf ankommt und konnte daher schon über 50 Meistern helfen, mit breiter Brust in die Prüfung zu gehen. Eines meiner ganz wichtigen Ziele ist es, dass wir uns während des Unterrichts auf Augenhöhe begegnen, so dass ein soziales Umfeld geschaffen wird, in dem ihr euch wohlfühlt und in dem ihr euch nicht scheut, Fragen zu stellen, egal wie blöd sie euch vorkommen. Denn diese ungelösten Fragen sind es normalerweise, die euch vor dem Erfolg in der Prüfung abhalten. Des Weiteren steht Talentförderung Marius Bauer für das Vermitteln von Mathematik und Physik für ambitionierte Schüler, welche eine akademische Laufbahn anstreben, sowie für Sportvideografie.